Also wir waren heute lecker einkaufen und zwar Mentos. Normalerweise in so kleinen Röllchen, aber hier haben wir die Klinikpackung. So dann kannst du die mal aufmachen. My Assistant Mr. Alec and Miss Julie. Lecker, darf ich auch eins haben? Klar. Danke. Du auch. Gut. Jetzt ein Schluck Cola da drauf. Die leckere Cola Light von Euroshopper. Nicht? Okay, dann nicht. Alec weiß warum. Okay, nimm den Mentos mit. Ja, stimmt. So, eins reicht. Die Tüte kannst du hier lassen. So, ein Mentos. Nein, Tüte nicht. Zu scharf. Der Stuntman gibt sich in Position. Die Flasche aufdrehen. Halt nicht den Kopf da so drüber. Jetzt das Mentos. Ja. Eins, zwei, drei. Das war aber jetzt nicht so berauschend. Dann müssen wir noch einen. Ja, dann schmeißt man noch zwei da rein. Nix passiert. Enttäuschend. Okay. Okay. Wie schade. Da können wir die Cola noch trinken. Aber nicht mit dem Mentos da drin.